Tempo fragte, was ist eigentlich das Schlimme am Heuschnupfen? Ich habe ganz starken Schnupfen, starkes Augenbrennen, 24 Stunden eine laufende Nase und laufende Augen. Da gibt es Taschentücher, die versagen in solchen Situationen. Aber die vier Lagen von Tempo saugen Feuchtigkeit optimal auf und die Hände bleiben trocken, stimmt's? Bei Tempo bin ich sicher, dass meine Hände trocken bleiben. Schön weich und kribbisch, muss echt das Tempo sein. Manchmal sind Tempo wirklich meine letzte Rettung. Tempo, nasenweich und schnolzfest. Und jetzt auch handlich verpackt, Tempo kompakt. Tempo, nasenweich.